Der Chef in dir muss Führung finden Thomas Belker Das Buch, von dem du dir wünschst, dein Chef hätte es gelesen Emotionale Kontrolle, Führen ohne Wutausbruch Thomas Belker erklärt in seinem Buch Der Chef in dir muss Führung finden eindrucksvoll, worauf es in der Führungsetage ankommt. Ein Kapitel, das besonders ins Auge fällt, ist die Geschichte von Max, einem selbstbewussten, jedoch hitzköpfigen Chef. Max hält sich für den Inbegriff von Führungsstärke, dominant, entschlossen und immer im Recht. Doch seine Teilnahme an einem Seminar zum Konfliktmanagement bringt ihn aus der Fassung. Max ist überzeugt, dass Führungsqualitäten angeboren sind. Als er erfährt, dass es in dem Seminar darum geht, Konflikte zu vermeiden und auf Augenhöhe zu kommunizieren, ist er fassungslos. Seiner Meinung nach hat ein Chef das Sagen und muss sich durchsetzen, um respektiert zu werden. Frustriert lässt er seiner Wut freien Lauf und sorgt für einen lautstarken Ausbruch vor den anderen Seminarteilnehmern. Die Seminarleiterin bleibt ruhig und nutzt Max' Reaktion, um aufzuzeigen, wie emotionale Überforderung im Berufsalltag aussehen kann. Für Max beginnt ein Prozess des Umdenkens. Statt der unerschütterliche Anführer zu sein, realisiert er, dass wahre Führung bedeutet, nicht nur sich selbst, sondern auch seine Emotionen zu kontrollieren. Von diesem Moment an versteht Max, dass Führung weit mehr ist als Macht und Kontrolle. Was du lernen kannst Empathie und Zuhören Konflikte entstehen oft, weil sich Mitarbeiter nicht gehört fühlen. Wenn du als Führungskraft lernst, aufmerksam zuzuhören und die Bedürfnisse deines Teams zu verstehen, kannst du viele Probleme frühzeitig lösen. Emotionale Kontrolle, Wut und Frustration sind menschlich, aber als Führungskraft ist es entscheidend, Ruhe zu bewahren. Emotionale Ausbrüche mögen im Moment Erleichterung bringen, doch sie schaden deiner Autorität und dem Vertrauen deines Teams in dich. Führung bedeutet nicht, immer stark zu erscheinen, sondern auch Schwächen zu erkennen, sich selbst weiterzuentwickeln und eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der jeder, einschließlich dir selbst, wachsen kann. Verbindliche Führung im Homeoffice, was du von Martha lernen kannst Martha genießt das Arbeiten von zu Hause. Entspannt in ihrer Hängematte, umgeben von Apfelbäumen und frischer Luft, hat sie ihren Laptop auf dem Schoß und fühlt sich wie die Königin ihres eigenen Reichs. Für sie ist das Homeoffice ein Luxus, den sie sich als Führungskraft verdient hat. Sie arbeitet schließlich am härtesten und ist ihrer Meinung nach disziplinierter als ihr Team. Martha ist überzeugt, dass ihre Mitarbeiter die Ablenkungen des Homeoffice nicht im Griff haben. Während der Pandemie sah sie ständig zerzauste Kollegen, schreiende Kinder im Hintergrund und Aufgaben, die auf den letzten Drücker erledigt wurden, oder gar nicht. Für sie ist klar, Homeoffice sollte Chefsache bleiben. Doch diese Überzeugung beginnt zu wanken, als sie merkt, dass auch ihr perfektes Setup nicht immun gegen Störungen ist. Ein fiepender Hund, der Rasenmäher des Nachbarn oder der Paketbote, der klingelt, all das reißt auch Martha immer wieder aus ihrer Konzentration. Plötzlich dauert es 15 Minuten, bis sie ein Verlängerungskabel findet, um ihren Laptop im Garten weiter nutzen zu können. Ihre vermeintliche Disziplin schwindet, und sie verliert zunehmend den Fokus. Was bedeutet das für dich? Strukturen schaffen Homeoffice bedeutet nicht automatisch, dass du weniger abgelenkt wirst, im Gegenteil. Die Versuchung, Arbeit und Entspannung zu vermischen, ist groß, aber das kann sowohl deiner Produktivität als auch deinem Wohlbefinden schaden. Setze dir klare Arbeitsstrukturen und frage dich, ist der gemütliche Platz in der Sonne wirklich der produktivste Ort, um wichtige Aufgaben zu erledigen? Kommunikation fördern Im Homeoffice wird die Bedeutung von Kommunikation noch größer. Regelmäßige Updates, kurze Check-ins und ein aktiver Austausch mit deinem Team sind entscheidend, um den Überblick zu behalten und Missverständnisse zu vermeiden. Verbindliche Führung Als Führungskraft kann es manchmal sinnvoller sein, vor Ort präsent zu sein. Direkter Kontakt fördert die Verbindlichkeit und steigert die Produktivität. Das Homeoffice bietet viele Freiheiten, aber es erfordert auch Selbstdisziplin, eine klare Trennung von Arbeit und Freizeit und vor allem eine verbindliche Führung deines Teams. Führung im Homeoffice ist mehr als nur die richtige Work-Life-Balance. Es geht darum, Strukturen zu schaffen, die Ablenkungen minimieren, die Kommunikation zu stärken und deinem Team auch aus der Ferne den nötigen Halt und die Führung zu geben. Angstfreies Arbeiten führen mit einer konstruktiven Fehlerkultur. Fiete ist frustriert. Seine Mitarbeiter arbeiten zu langsam, melden sich häufig krank, für ihn ist klar, dass sich etwas ändern muss. Er entscheidet, ihnen einen Schock zu verpassen, um sie wieder auf Kurs zu bringen. Es ist besser, befürchtet zu werden als geliebt, denkt er sich. Um Druck aufzubauen, lässt er absichtlich ein fingiertes Schreiben am Kopierer liegen, das von Stellenabbau spricht. Die Reaktion kommt prompt, alle sind plötzlich wieder im Büro, arbeiten härter und scheinen engagierter. Anfangs scheint Fietes Plan aufzugehen. Der Output steigt und Fiete fühlt sich endlich wie ein Chef, der sein Team im Griff hat. Doch bald darauf macht sich ein anderes Problem bemerkbar. Obwohl alle fleißig arbeiten, sinkt die Qualität der Arbeit drastisch. Berichte sind voller Fehler, Projekte müssen wiederholt werden, und Fiete selbst hat plötzlich noch mehr Arbeit als zuvor. Sein Plan, durch Angst die Produktivität zu steigern, fällt ihm auf die Füße. Er erkennt, dass Kontrolle durch Angst nur kurzfristig wirkt, aber langfristig das Vertrauen und die Effizienz des Teams zerstört. Was kannst du daraus lernen? Führung durch Angst mag kurzfristig Erfolge bringen, doch auf lange Sicht schadet sie deinem Team und deinem Unternehmen. Viel wichtiger ist es, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich deine Mitarbeiter sicher fühlen, besonders in Bezug auf das Thema Fehler. Wenn sie keine Angst haben, Fehler zu machen, arbeiten sie nicht nur kreativer, sondern auch präziser. Tipps für eine konstruktive Fehlerkultur Psychologische Sicherheit fördern Mitarbeiter sollten sich trauen, Fehler zu machen und daraus zu lernen, ohne sofort Konsequenzen fürchten zu müssen. Das steigert nicht nur die Kreativität, sondern reduziert auch langfristig die Fehlerquote. Offene Kommunikation Anstatt mit Drohungen zu arbeiten, gib deinen Mitarbeitern ehrliches, aber konstruktives Feedback. Zeige ihnen, dass du an ihre Fähigkeiten glaubst und bereit bist, sie zu unterstützen. Vertrauen aufbauen Vertrauen ist die Grundlage erfolgreicher Führung. Wenn deine Mitarbeiter merken, dass du sie unterstützt und an sie glaubst, steigt nicht nur die Motivation, sondern auch die Qualität ihrer Arbeit. Eine angstfreie Arbeitsumgebung, in der Fehler als Teil des Lernprozesses gesehen werden, stärkt dein Team und entlastet dich als Führungskraft. Respekt und Vertrauen sind die wahren Eckpfeile einer erfolgreichen Führung. Generation Z Den Nachwuchs führen und fördern Die Generation Z, also jene jungen Berufstätigen, die ab 1995 geboren sind, hat eine eigene Vorstellung von Arbeit. Sie legen großen Wert auf Flexibilität und eine klare Work-Life-Balance, Werte, die sich stark von den Prioritäten früherer Generationen unterscheiden. Diese unterschiedlichen Erwartungen führen häufig zu Spannungen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Begegnung zwischen Anne, einer erfahrenen Führungskraft, und Laura, die 20 Jahre jünger ist und das Young Talents Programm in Ernests Unternehmen leitet. Selbstbewusst trägt Laura in einem Meeting ihre Forderungen vor, mehr Mitbestimmung, mehr Transparenz, mehr eigenverantwortliches Arbeiten. Anne jedoch bleibt skeptisch. Sie erinnert sich, dass auch sie in jungen Jahren ähnliche Wünsche hatte, aber trotzdem hart kämpfen musste, ohne dass ihr alles auf dem Silbertablett serviert wurde. Ungeduldig entgegnet sie, wenn du beruflich etwas erreichen willst, musst du bereit sein, Opfer zu bringen. Was zeigt uns diese Geschichte? Obwohl die Generation Z oft als besonders anspruchsvoll wahrgenommen wird, sind ihre Bedürfnisse gar nicht so anders als die früherer Generationen. Der Wunsch nach Freiheit, Flexibilität und Mitbestimmung ist universell. Doch jede Generation verfolgt diese Ziele auf ihre eigene Weise und kommuniziert sie unterschiedlich. Was bedeutet das für Führungskräfte? Offenheit für neue Ansätze. Die junge Generation möchte nicht streng kontrolliert oder an die Kandare genommen werden. Sie wollen ihre Arbeit mitgestalten und ernst genommen werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass jede Forderung eins zu eins umgesetzt werden muss. Es geht darum, einen Mittelweg zu finden. Freiraum und klare Grenzen. Es ist wichtig, den jungen Talenten Freiraum zu lassen, gleichzeitig aber klare Erwartungen und Ziele zu setzen. Flexibilität darf nicht in Unzuverlässigkeit münden. Eine mögliche Lösung, feste Zeiten für Meetings und Deadlines vereinbaren, während die restliche Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann. Transparenz und Ehrlichkeit. Generation Z legt großen Wert auf Transparenz in Entscheidungsprozessen. Sie möchten verstehen, wie Entscheidungen zustande kommen und aktiv daran teilhaben. Regelmäßige Feedbackrunden, in denen Ihre Meinung gefragt ist, schaffen Vertrauen und stärken das Gefühl, wirklich Teil des Teams zu sein. Am Ende des Tages geht es darum, die Stärken jeder Generation zu erkennen und optimal zu nutzen. Die Generation Z bringt frische Ideen, neue Perspektiven und wertvolles technisches Know-how mit. Diese Eigenschaften sind in der schnelllebigen Arbeitswelt von heute unbezahlbar. Gleichzeitig brauchen Sie Führung, aber keine, die jeden Schritt vorgibt, sondern eine, die begleitet und unterstützt, während Sie Ihren eigenen Weg finden. Zeitmanagement, arbeiten ohne Uhr, was Zeitmanagement für Führungskräfte wirklich bedeutet. Zeitmanagement, ein Begriff, der im Führungsalltag oft fällt. Frederik und Max sitzen in ihrem Stammlokal und beschweren sich über Kolleginnen und Kollegen, die ihrer Meinung nach viel zu langsam arbeiten. Frederik, ein Perfektionist, ist genervt, weil seine Mitarbeiter es nicht schaffen, ihre Aufgaben pünktlich abzuliefern. Für ihn ist klar, wer seine Fristen nicht einhält, hat ein Motivationsproblem. Besonders ärgerlich findet er die Ausrede, ich hatte keine Zeit. Unsinn, sagt Frederik, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Doch stimmt das wirklich? Tatsächlich bedeutet Zeitmanagement viel mehr, als einfach nur lästige Aufgaben mit Zwang abzuarbeiten. Es geht darum, den Überblick zu bewahren, Prioritäten richtig zu setzen und sich nicht in blindem Aktionismus zu verlieren. Was Frederik und Max als triviale Herausforderung abtun, ist in Wirklichkeit eine der größten Hürden für Führungskräfte, Pausen, klare Strukturen und der Fokus auf das Wesentliche. Oft ist nicht mehr Arbeit die Lösung, sondern smarteres Arbeiten. Nur wer seine Zeit sinnvoll einteilt, kann langfristige Erfolge erzielen, ohne dabei auszubrennen. Gerade als Führungskraft ist es entscheidend, mentalen Raum für langfristige Ziele und Visionen zu bewahren und flexibel auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. Was kannst du also tun? Setze klare Prioritäten, frage dich, welche Aufgaben wirklich essentiell sind. Was kannst du delegieren und welche Verantwortungen sollten in deiner Hand bleiben? Vergiss Pausen nicht, Pausen sind kein Zeichen von Schwäche oder schlechtem Zeitmanagement. Sie sind der Schlüssel zu langfristiger Leistungsfähigkeit. Wer ohne Pause durchpowert, läuft Gefahr, ausgebrannt zu sein und den klaren Blick zu verlieren. Plane strategisch, regelmäßige Pausen helfen dir nicht nur, deinen Fokus zu schärfen, sondern stellen auch sicher, dass du für dein Team da bist, wenn es dich braucht. Zeitmanagement im 21. Jahrhundert ist eine Kunst des Jonglierens, zwischen Energiereserven, Prioritäten und Verantwortlichkeiten. Wer diese Kunst beherrscht, arbeitet nicht nur effizienter, sondern erreicht seine Ziele, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Zusammenfassung Der Chef in dir muss Führung finden von Thomas Belker Wie die kleinen Geschichten zeigen, bedeutet Chef sein weit mehr, als nur Anweisungen zu erteilen und Autorität zu demonstrieren. Führung erfordert Weitsicht, Ausdauer, Flexibilität und vor allem ein gutes Gespür für Menschen. Dabei spielt es keine Rolle, ob du bereits Chef bist oder nicht. Wir hoffen, dass du ein paar wertvolle Impulse für den Umgang mit Kollegen und Mitarbeitern am Arbeitsplatz mitnehmen konntest. Alles Gute und bis zum nächsten Mal!